Es ist Freitag, der 22. September und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu dem Artblocks-Event in Texas und Infos über strengere Krypto-Regelungen durch die BaFin. Ihr erfahrt von dem Schuldeingeständnis eines deutschen Kryptoinvestors und was hinter der Formel-1-Kooperation zwischen Honda und Animoca-Brand steckt. Und neben unserem täglichen Blick auf den Krypto-Chart und den Flop-Preisen auf OpenSea schauen wir auf den glorreichen Optimism-Airdrop. Neuigkeiten aus dem Metaverse und den weltbekannten Fußball-Club Paris Saint-Germain, der die Kampagne Kostenlose NFT-Poster startet. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Bevor wir in die Web 3 Kurznews starten, kurz ein Dankestöhn jetzt mal schon vorab. Wir haben ja gestern mit All-In-NFT und 7Art den Launch der 7Art-Plattform 7Art Studio gefeiert und das NFT-Projekt 7Art Photoverse mit euch gelauncht, mit euch publik gemacht. Und das Ganze ist sehr gut angekommen. Ich bedanke mich vielmals für die vielen Minz, für die ganze Unterstützung, für die ganzen Zusprüche, die wir jetzt schon bekommen haben. Und ich würde sagen, lasst uns die Tage noch ordentlich feiern, noch ordentlich Alarm machen, lasst uns das Ganze publishen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den heutigen Web 3 Kurznews. Ray Sean Russell, ein ehemaliger Mitarbeiter der Deutschen Bank in New York, hat sich schuldig bekannt. Laut einer Mitteilung des US-Justizministeriums vom 19. September hat der 27-jährige Anleger mit einem betrügerischen Kryptoinvestmentfonds getäuscht. Russell nutzte seinen Ruf als lizenzierter Finanzmakler, um Investoren für seinen Kryptofonds zu gewinnen, wobei er fälschlicherweise hohe Renditen und garantierte Renditen aus Kryptoinvestitionen versprach. Dabei präsentierte er an den Anlegern unter anderem gefälschte Kryptostände. Das Gericht hat jetzt eine Schadensersatzzahlung in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar festgelegt. Das Optimism-Team hat den dritten Airdrop des OP-Tokens bekannt gegeben und am 18. September mehr als 19 Millionen OP-Token an rund 32.000 qualifizierte Wallets verteilt. Dieser Airdrop belohnt diejenigen, die aktiv am Optimism-Ökosystem teilnahmen, ähnlich wie beim vorherigen Airdrop. Berechtigt waren auch Nutzer, die ihr Stimmrecht zwischen dem 20. Januar und dem 20. Juli 2023 delegiert hatten. Es gab auch einen Bonus für diejenigen, die aktiv an den Wahlen teilnahmen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, hat in einem Kommentar ihres Execute Directors für Strategy, Policy und Steuerung, Rupert Schäfer, eine strengere Umsetzung der Kryptoregulierung gefordert. Schäfer äußerte sich besorgt über die vergangenen Turbulenzen auf den Kryptomärkten und führte diese auf das Fehlen von klaren Regeln für die digitale Marktakteure zurück. Er verglich einige Kryptoassets und Deferprojekte mit nicht identifizierbaren Flugobjekten. Die Insolvenz der Kryptobörse FTX habe laut Schäfer gravierende Defizite im Kryptosektor aufgezeigt. Er betonte die Notwendigkeit klarer Regeln, um das traditionelle Finanzsystem vor systematischen Risiken zu schützen. Ein Londoner Gericht hat am Montag ein Urteil bestätigt, wonach der Betreiber der Bitcoin.org-Webseite seine Identität preisgeben muss, um die Anwaltskosten des Klägers Craig Wright zu vermeiden. Wright behauptet, Satoshi Nakamoto zu sein und wirft Bitcoin.org vor, durch die Veröffentlichung des Bitcoin-White-Papers seine Urheberrechte verletzt zu haben. Das Gericht wies den Versuch, Wrights Antrag auf Zahlung der Anwaltskosten in Höhe von 700.000 US-Dollar anzufechten ab. Dies bedeutet, dass der Betreiber von Bitcoin.org nun vor der Wahl steht, seine Privatsphäre, seine Identität preiszugeben oder die hohen Kosten zu riskieren. Der Total Value Locked der Layer-2-Skalierung BASE hat laut Daten von DeFi-Lama einen Wert von 370 Millionen US-Dollar erreicht. Damit übertrifft BASE erstmals den Wert von Solana, der bei 310 Millionen US-Dollar liegt. Zusätzlich ist BASE derzeit das aktivste Blockchain-Netzwerk mit durchschnittlichen 13 Transaktionen pro Sekunde. Damit liegt es vor Ethereum mit 11 Sekunden. Dieser Wachstum von BASE ist auch auf das hohe Interesse an der Web3-Social-Media-Plattform FriendAttack sowie der Integration wichtiger TV-Anwendungen zurückzuführen. Damit sind wir mit den heutigen Web3-Kurz-News soweit durch. Wechseln jetzt zu CoinMarketCap und dort werfen natürlich einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Was soll ich euch sagen? Es sah auf dem Crypto-Chart und dementsprechend mit der Verabschiedung in das Wochenende nicht gut aus. Der Bitcoin-Kurs gestern unter die 25.000 Euro wieder gefallen. 24.900 Euro der Stand, mit dem wir uns ins Wochenende verabschieden. Damit ein Minus von über 2%. Aber nachdem ja der FED-Leitzinsentscheid uns diese Woche heimgesucht hat und Jerome Powell bzw. die FED auch klar mitgeteilt hat, also die US-Notenbank, dass sie sich offen lassen, auch Ende des Jahres die Zinsen nochmal anzuhören, hat das natürlich die ganzen Märkte und auch den Crypto-Chart nach unten gezogen. Auch Referium minus 2,5% am gestrigen Tag, 1480 Euro. Hier mittlerweile der Kurs auch Solana minus 3%. 18 Euro der Kurs gefallen, auch Polygon gestern minus 3%. Stellar-Token ebenfalls gestern mit einem plus 4%, ebenfalls wieder Feelcoin. LidoDAO, der Token, fällt hier noch gravierend auf, gestern mit minus 5%. Der Optimism-Token, gerade den AirDrop genannt, natürlich ein erhöhter Supply jetzt wieder. Gestern um minus 8%, während wir den größten Profiteur von gestern hier hervorstechen. Das war Immutable, der IMX-Token, plus 30% innerhalb der letzten 24 Stunden. Damit sind wir mit dem Blick auf den Crypto-Chart für diese Woche durch. Nächste Woche mehr dazu. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unseren heutigen NFT-News. Die NFC-Sammlung Moonbirds plant, ihre Kunstwerke auf den Mond zu schicken. Im November werden 254 Tokens mit dem Merkball Space Helm der Mission Space Blue beitreten, die anlässlich des 50. Jahrestages der letzten NASA-Mondmission startete. Das Raumschiff wird am 15. November starten und die Lunar Prize-Mission zum Mond bringen, die kulturelle Kunstwerke von 220 Künstlern aus verschiedenen Medienbereichen enthält. In einer bahnbrechenden Partnerschaft haben Animoca Brands und der Autohersteller Honda sich mit der digitalen Geldbörse Griffin und dem NFT-Ticket-Ticket-Experten-Gate-Protokoll zusammengetan, um Formel-1-NFTs einzuführen. Diese digitalen Sammlerstücke werden exklusiv beim Formel-1-Honda und Red Bull Welcome Event in Tokio sowie beim großen Preis von Japan 2023 verfügbar sein. Teilnehmer des Events können durch eine Lotterie oder einen Airdrop nach der Veranstaltung einen Honda Key NFT erhalten. Der Fußballverein Paris Saint-Germain und Crypto.com haben eine innovative Initiative gestartet, Spieltagsplakate erstellt mit künstlicher Intelligenz, die als NFTs erhältlich sind. Diese vom KI-Künstler Benjamin Bonchon entwerfenden Poster werden in sieben Spielen der nächsten Saison präsentiert. Sie starten beim Spiel gegen Olympique Marseille am 24. September. Von insgesamt 1.970 Schöpfern wurden jetzt letztendlich nur sieben für die Veröffentlichung über die NFT-Serie ausgewählt. Sie werden kostenlos auf Crypto.com verteilt und können von qualifiziertem Konto beansprucht werden. Fans, die alle NFTs sammeln, erhalten signierte Trikots von Paris Saint-Germain, Drucke der Originalplakate und VIP-Tickets für das letzte Heimspiel der Saison. Damit sind wir mit den NFT-News für heute durch. Kommen zur nächsten Kategorie. Wechseln zu OpenSea und dort werfen wir natürlich nochmal einen abschließenden Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea zeigt uns die Board-Apes mit einem Handelsrollen von 1000 Eves auf dem ersten Platt. Floorpreis 25 Eves, also groß keine Veränderung zum Vortrag. Auch bei den Mutant-Apes hat sich nichts getan. 4,98 Ethereum zum Vortrag. Aber dann kommen wir natürlich zu dem Event, auf dem Web3-NFT-Welt gestern geschaut hat. Nachamigos Clopes ist da. Mint-Preis war ja hier kostenlos für die Nachamigos, Holger, für die ersten vier Stunden, 18 bis 22 Uhr und dann um 22 Uhr Public Mint. Das Ganze ist natürlich mittlerweile ausgemintet. Der Floorpreis bei 0,08 Ethereum. Sugartown dahinter, der Floorpreis etwas gefallen, 0,27 Eves. Paji Penguins weiter am Trend, 4,5 Eves, während die Milady Makers dahinter sich ins Wochenende verabschieden mit einem deutlich sinkenden Floorpreis von 2,3 Eves. Asugi hat die 4 Eves-Marke tatsächlich noch zum Wochenende geknackt, 4,02 Eves, während dahinter der Bord-App Candle Club das Ganze abschließt mit einem Floor von 1,65. Die Nakamigos sind nach dem Snapshot, nach dem mit natürlich auch gefallenen 0,18 Eves, hier mittlerweile der Floor. Mal schauen, wie sich diese Kollektion und natürlich jetzt auch die Schwester-Kollektion in Zukunft verhalten. Damit blicken wir natürlich noch abschließend auf Platz 99,100 und dort finden wir Heads bei Matt Fury mit einem Floor von 1,54 und auf Platz 100 finden wir Subcreen Kong mit einem Floor von 0,51 Ethereum. Damit sind wir mit der heutigen Podcast-Folge so weit durch und nicht nur mit der heutigen Podcast-Folge, sondern wir verabschieden uns ins Wochenende und glaubt es mir, auch ich bin durch. Nach diesem Tag, nachdem wir wirklich mit all-in-NFT bzw. 7art.io wirklich alles abgerissen haben, nachdem der MINT so erfolgreich gestartet ist, ist es natürlich jetzt so weit, dass dieser Tag sehr nervend auf Reim war. Es war der wahrscheinlich ereignisreichste Tag, den wir dieses Jahr erlebt haben zusammen. Das freut mich, dass das Ganze bei euch wieder so gut angekommen ist, ihr das so dankend angenommen habt und natürlich für die ganze Unterstützung kann ich einfach nur Danke sagen. Morgen geht es natürlich weiter, wie soll es auch anders bei all-in-NFT sein, mit einer Podcast-Sonderfolge. Natürlich kommt hier Cybersecurity mal nicht zu kurz. Wir haben WeMe, das Ganze wurde in der Barista-Bande schon mal vorgestellt. Ein Podcast-Interview, das kann ich nur empfehlen. Hört gerne morgen rein, denn wenn ihr morgen diesen Podcast hört, könnt ihr am 25. September noch dazu einen Cybersecurity Masterclass kostenlos mitmachen. Also checkt gerne diesen Podcast ab. Ich kann euch jetzt sagen, ich habe mich mit WeMe super verstanden. Ihr erfahrt auch, warum WeMe.es morgen anonym ist und nicht sich gedockst hat, wie viele andere Flächen in Zukunft auch was anderes. Aber hört gerne rein. Der Podcast, das Interview hat mir mega viel Spaß gemacht. Was mir auch Spaß macht, ist euch täglich diesen digitalen Kaffee zu liefern, täglich mit euch hier zu interagieren in der Web3-Welt, wie jetzt auch mit 7art.io. Nächste Woche sind wir mit diesem Podcast-Format wieder zurück mit den Expressen News und vielleicht auch in Zukunft mit mehr. Damit bin ich raus für heute. Macht's gut, schönes Wochenende und schaltet dann wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.